Hallo. Räume beschreiben und interpretieren, das machen wir in der Geografie ganz häufig auf Basis von Karten. Und dafür können wir ganz unterschiedliche Karten heranziehen. Das können Karten sein, wie diese hier, die uns administrative Gebiete zeigen. Das können topografische Karten sein, hier dargestellt in Flächenfarben die Geländehöhen, finden wir in jedem Atlas. Das können topografische Karten sein, in denen Farben für eine ganz bestimmte Information, einen ganz bestimmten Parameter stehen, der hier farbig dargestellt wird. Hier geht es um den Legalisierungsstatus von Cannabis zum Beispiel. Und so eine Karte, die muss nicht von der Erde sein, sondern die kann auch von einem Mond sein, hier beispielsweise vom Titan. Karten nutzen wir, um Räume zu beschreiben und Karten nutzen wir auch, um Informationen, die wir in diesen Räumen finden, zu interpretieren. Und oft ist es erst die Kartografie einer Information, die Verteilung dieser Information, wie sie in der Fläche vorkommt, die uns einen Interpretationshinweis erlaubt. Und so ein Interpretationshinweis, wie er in Karten steckt, möchte ich mal anhand der Karte von Dr. Snow zeigen. Er hat eine Karte der Cholera-Verbreitung in London gemacht. 1854 gab es einen großen Cholera-Ausbruch in London. Damals wusste man noch nicht, dass Cholera über ein Bakterium übertragen wird und es war nicht bekannt, dass sich dieses Bakterium über das Wasser verbreitet. Trotzdem, John Snow hatte diese Idee, dass vielleicht das Wasser an dieser Epidemie schuld sein könnte. Und er hat damals eine Karte angefertigt des Stadtbezirks Soho, die so aussah. Um die Karte mal ein bisschen besser lesen zu können, überlagern wir sie mal digital. Diese schwarzen Kästchen hier und deren Größe, die stehen jeweils für die Anzahl von Todesopfern, die an der jeweiligen Adresse gewohnt haben. Hier jetzt mal dargestellt mit roten Kreisen. Je größer die Kreise, umso mehr Todesopfer gab es in der jeweiligen Straße, in dem jeweiligen Haus. Wenn wir uns die Verteilung jetzt einmal anschauen und interpretieren, also die räumliche Verteilung von Todesopfern mal versuchen zu beschreiben, dann sehen wir, dass sie sich hier auf diesen Bereich konzentriert. Und wenn wir mal die Mitte dieses Bereichs darstellen, das räumliche Mittel, dann liegt das hier an dieser Stelle. Und jetzt kommt der Grund, warum John Snow diese Karte angefertigt hat. Er hat nämlich in dieser Karte auch noch Wasserstellen eingezeichnet. Und die nächstliegende Wasserstelle zu diesem räumlichen Mittelpunkt der Verbreitung liegt hier. Und mit Hilfe dieser räumlichen Analyse konnte John Snow, die Stadtverwaltung in London, überzeugen, genau diese Wasserstelle hier zu schließen. Und als diese Wasserstelle geschlossen wurde, fand die Choleraepidemie in London ein Ende. Das ist ein Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel dafür, wie die Visualisierung von Informationen im Raum und dann danach die räumliche Analyse dieser Informationen, die Beschreibung dieser Verteilung im Raum, die Interpretation dieser Verteilung im Raum uns Rückschlüsse liefert auf etwas, das wir aus den reinen Zahlen Todesopfer durch Cholera in London nicht gesehen hätten. Eines von vielen Beispielen, wie die Interpretation von Karten Wissen fördert oder Entscheidungen unterstützt. Und wenn Sie sich fragen, ist Medienkompetenz, ist Kartenkompetenz, ist die Fähigkeit, Räume zu analysieren und zu interpretieren, die Fähigkeit, selbst Rückschlüsse zu ziehen aus geografischen Informationen, denn wirklich wichtig für mein späteres Berufsleben? Ja, sie ist es. Hier in diesem Artikel finden Sie zum Beispiel die Kompetenzen, die spätere Arbeitgeber von Geografiestudentinnen und Geografiestudenten erwarten.